Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Natürlich steht man am Anfang da und denkt wie komme ich klar mit der ganzen Idee, die die Künstler mitgebracht haben. Also wenn man früher da gesessen hat und hatte bei Scheinwerfern beispielsweise einen Knopf für jeden Scheinwerfer, dann sitzt man inzwischen vor einem riesigen Computer mit fünf Bildschirmen und steuert da sehr komplexe Anlagen. Den Job macht man nicht einfach von der Stange, weil man den machen angeboten bekommt, den Job macht man, weil man ihn machen möchte, weil dieser Job auch zeitlich hin und her geschoben ist. Mal arbeiten, mal morgens, mal nachts, mal abends. Also wirklich braun wird man nicht in dem Job, das ist keine Chance. Das muss schon von Ärzten kommen, dass man wirklich machen möchte, das spielt eine ganz wichtige Rolle. Weil wenn du den Beruf nicht löst, wenn du das nicht gehörst, wenn du dich nicht für, wie bei mir, wenn du dich nicht für die Leute interessierst, wenn du nicht über den Konzer geht, für die Konzer zu lösen, wenn du gehst, um die Konzer für die Leute zu gucken, für die Technik zu gucken. Ich denke, wenn du das nicht gehörst, dann gehörst du schwer. Mein Drive ist es einfach, wenn ich die Musik höre, das kommt mit der Zeit irgendwann, wenn man Veranstaltungstechniker lernt, ist egal, welche Musik ich höre, ob es Rock'n'Roll ist, ob es Punk ist oder ob es eher mehr so Fado und was mit Streichern ist, kommt das Gefühl, was für ein Licht, was man dann machen muss. Und was man machen muss, um die Musik zu unterstützen. Ich glaube nicht, dass jemand in der Philharmonie schon mal gesehen hat, dass es blitzt oder Strohboot bei einem ganz smoothen Stück ist. Es ist halt sehr wichtig, mit der Musik zusammen zu verschmelzen. Es gibt keinen Lichtplan. Es wird alles vom Kopf und von Rede einfach aufgebaut und programmiert. Es ist einfach so, dass wir erst einmal mit dem Crew hinsetzen und ein Gespräch durchführen müssen, was die für eine Idee haben und wie die diese Idee auch umsetzen möchten. Und meine Aufgabe da ist, die Technikweise zu unterstützen. Das heißt, der Scheinwerfer hängt ja nicht da, weil er da hängt, sondern wird speziell dahin gehangen, weil ich will, dass er da hängt. Beim Aufbau arbeitet das ganze Team mehr oder weniger zusammen, Hand in Hand. Jeder hilft jedem. Der eine macht mehr Ton, der andere mehr Licht natürlich. Aber das ist der eine Teil bei der Geschichte. Der Aufbau läuft natürlich ähnlich. Aber dann die eigentliche Show ist ein bisschen anders, weil in der eigentlichen Show hat jeder eine dezidierte Aufgabe, macht was unterschiedliches und alle müssen halt miteinander irgendwie klarkommen. Danke, 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 danke. Ich bin sehr glücklich, heute Abend hier. Und sehr viel Kreativität ist angefragt. Weil ich will einfach zusammen mit der Crew gearbeitet, bis wir unser Ziel erreichen. Wir sind wieder so gut und wir sind hier noch, uns zu finden, die sind sich nicht da bewusst. Die gehen da noch heim. Und die wissen nicht, dass dort drunter eine Stunde lang abgerichtet wird oder einer Stunde lang aufgerichtet wird. Und dafür, für mich persönlich ist es schon ganz wichtig, dass es dazu gehört, dass es auch aufgesehen wird. Dass ich immer früh bin, wenn ich gesagt hab, dass ich viel ErbeschART habe. Und dass ich ihnen da doch gesucht. Dadurch, dass du hier in die Show gehst, hast du die Chance, dass du auch die Sächer lehrst, dass du nicht ein Ding im Betrieb hast. Wir sind in der Philharmonie, wir holen klassische Konzerne, auch beschallte Konzerne, wo wir Tone und Lüte abrichten, aber wir hören nicht wirklich Film und Video zu denen, außer bei Konferenzen. Wir Video kennen immer mehr. Und dass eben andere Leute, die nicht mehr Video machen in der Klasse, und so geht das ganz eben gemischt, hat sie darin eine gewisse Ahnung mehr von dem, was seinen eigenen Betrieb macht und du lehrst die andere Sachen, die die anderen Betriebe machen. Es ist nicht mehr rein fachdidaktisch sortiert, dass man sagt, jetzt wird hier Beleuchtungstechnik unterrichtet, danach wird Beschallungstechnik unterrichtet, danach wird Elektrotechnik unterrichtet, sondern diese Lernfelder, die sind eben auch so aufgebaut, wie die Entwicklung der Schüler auch im beruflichen Alltag funktioniert. Wir sind im Festhaus, wir schaffen Doppeln, bei uns ist es warm, bei uns ist es Dreschen. Aber es sind auch ganz viele Leute, die bei Firmen schaffen, die Festivals machen oder die Bühnen oben aufbauen. Die müssen bei anderen Widerschaffern wie mir. Und das eben, du lehrst alles, was man den Beruf hat, zu denen heute lehrst du kennen. Das heißt, im ersten Lehrjahr geht es darum, einfache Aufgaben aus der Veranstaltungstechnik zu lösen, sei es im Bereich Beleuchtungstechnik oder im Bereich Beschallungstechnik. Das fängt dann damit an zu sagen, okay, Geräte kennen und unterscheiden und später geht es eben darum, Geräte aufbauen und einrichten und im späteren Verlauf der Ausbildung werden die Aufgaben komplexer. Das heißt, irgendwann muss dann eben geplant werden und es sind nicht nur einzelne Geräte, sondern komplexe Systeme, zu denen sich dann eben die Aufgabenbereiche erweitern. Die goldenen Momente sind immer, wenn man wirklich ein sehr komplexes System hat und das Ganze dann sauber zum Laufen kriegt. Also das ist unfassbar spannend. Vor allen Dingen, wenn mehrere Gewerke kombiniert sind. Also du hast irgendwie Video-Geschichten, Ton, am Ende Surround-Beschallung oder irgendwas in der Art und dazu eine relativ große Lichtshow und wenn dann alles sauber ineinander greift und alles sauber miteinander spielt, das ist ein sehr befriedigendes Gefühl, sehr angenehm. Aus meiner Sicht ist es der große Pluspunkt an dem Beruf, dass der eben so vielseitig ist, dass man jede Woche, jedes Wochenende eine neue Herausforderung erhält und dann eben schauen muss, wie man mit den gegebenen Bedingungen das Beste aus der Veranstaltung rausholt. Und dann, wenn du nachher auf den richtigen Cue wartest und du kennst das Stück und drückst dann und in der Programmierung fährt das sekundengenau, wie du es gerne haben willst, da kriege ich absolute Gänsehaut und das gibt mir den Drive dafür. Und das brauche ich auch ganz, ganz viel, weil ansonsten fehlt mir irgendwas. Untertitelung des ZDF, 2020